ok da die andere auch da sind sie ja ich weiß nicht ob wir jetzt hier oben so sicher sind wie ich denke ich weiß nicht kann man vielleicht eventuell woher siehst du mich denn irgendeiner kam hierher gerannt oder nicht ok macht das doch und mann 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 wo sind sie denn den anderen haben wo sind sie denn da muss man mit ihm ja Ah, weh, 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 weh! Leute! Bisschen ruhiger hier, bitte! Danke! So, erstmal brauche ich hier ein bisschen... Bisschen Munition wieder Äh... Bisschen eine andere... Okay, der war hier Ähm... Hier vorne ist noch was Und dann wieder damit Und dann... Haben wir hier noch... Äh, Waffe No, ne Okay, da haben wir auch noch was gefunden So... So, E platzieren Und abhauen! Oh... Okay... Null... Oh... Oh... Ich habe gar nicht die Cam wieder angemacht Das wird außerdem auch dunkel... Oh... 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 Okay, das bald läuft noch ein bisschen länger hier Nimm ihn wieder Nimm ihn wie ein Auto Wir müssen jetzt... Ja, jetzt nicht mehr eigentlich Naja... Ziel erreicht Und gehen wir jetzt woran aus hin Äh... Wir nehmen das hier, was 500 Meter weit weg ist Wollen wir was trinken Wollen wir was trinken? Das ist auch hier so sandig, ey Ah, Junge, Junge Aber ich wollte es immer noch nicht mit Granaten ansetzen Vielleicht hätte ich dann doch das Auto nehmen sollen, da Ja Nee, da kommen wir ja gerade her Das hier haben wir doch gerade, oder? Das hier haben wir jetzt doch erledigt Vielleicht können wir uns da noch ein Auto klauen oder so Das andere Auto ist da oben Oh Oh... Das qualmt immer noch Ähm... Ist da auch ein Fahrzeug, was wir fahren konnten? Weiß ich jetzt nicht Auf jeden Fall, hier ist kein... Ich zieh den mir, oder? Ich zieh den mir, oder? Oder der ist hier noch? Okay, das ist ja nur das, okay Achso Achso Ah, okay, gut Ah So Ich zieh den mir, oder? Ich zieh den mir, oder? Sie ist Verfolgungsgenauer... Ah, okay Das ist kräuche... Ohhhh... Das war... Das war... Okay... Ohhhh... Wo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o... Ohhhh... Wir werden mal auf der Straße wiederkommen Ist ein Flussbett Wie gut aus wie ein Geländewagen haben hier Okay, hier sind wir jetzt auf der Straße das ist ein flussbett wo zerstöre die wir sind schon da so toll ich glaube wir sollten uns von der anderen Seite anschleichen ich glaube von oben ist das gar nichts wo eine verkehrte dumme Idee da ist ne Radar ok da ist ne Radarstation da ist noch ne Radarstation MEINE GÜDTE ok wir haben noch 7 Schutze gucken wir mal an Sanitäter bleib mal stehen ups nichts gehört auch gut oh was ist mit der Waffe hier das ist keine so gute Idee das war keine gute Idee ok oh ah weg hier gehen wir auf den anderen Hügel gehen wir auf den anderen Hügel das ist auch sehr gut ja ich bin gut in dieser Hügel oh 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 ah oh oh ah oh Ich bin verwundet. Und? Scheiße. Ich brauche Munition. Leute, ich brauche Munition. Okay, machen wir den erstmal kaputt hier. Erstmal kaputt machen, na? Und dann gucken wir weiter. Ja, wo seid ihr denn? Hup, hup. Komm hoch her. Som hier. Okay. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. 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 Meine Fretchen nochmal. Noahoph. Was sind die denn? Scheiße! Wie gut er zielen kann Waffenarsinal Waffenarsinal Okay, man könnte da was kriegen Nein, das verdient nicht Jetzt gehen wir mal hoch Munition Ganz dringend So, erstmal dieses Ding hier ausgemacht Oh! Au, au, au! Ach! Au, au! Panzerfaust! Oh, toll! Hm! Wir brauchen nur Munition Ich habe da noch mal keine Munition mehr! Ja... Scheiße! wasser denn wasser denn da muss der andere also Ja, ja, ja. Ah, das hat mich nicht mehrladet hier. Ach, ja, Leute. Ah, du Schwein. Dumm, 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 dumm. Wüsst ihr das? Alles normal. Geht nicht so weit alleine. Direkt betrieben, verdammt. Oh, oh, oh. Von wo wird denn geschossen? Ja. und gebäude ja das ist aber auch nur du schon wieder unten dünn bünn dünn 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 ok so kann man ja so einen nahekampf machen ok das war danke für die blumen ok hallo ok hier gehts holen oh oh scheiße oh kaputt hier die mama aus kaputt hier hier war ist er so das war mal hier in haus war hier 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 wo junge 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 hier 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 drüben hatten wir ja auch noch welche erledigt frau das niveau so gut gut hier hier mal rein rein stehe hier 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 ist hier 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 jetzt müssen wir da drüben hin bin am legen ob wir hier sonst ok das flicht hat weh an über uns wir müssen darüber und ich glaube das machen wir in der nächsten folge oder nächsten stream ich hoffe dass das so bleibt ja wenn nicht ist doof woanders kann ich ja gar nicht speichern option geht es das ja dann würde sagen sie muss beim nächsten mal ich guck mal ich hoffe mal dass wir das ja wie wir speichern können oder auch nicht oder ich weiß auch nicht lasst euch schon mal einen daumen da oder einen kommentar da wollt dass sie sehen als let's play oder nicht ja das ist halt ballerspiel und ja ich muss ich kann nicht reden und spielen geht nicht erst recht bei sowas hier beim autofahren ist das halt ein bisschen was anderes und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis denn tschüss